Wir schauen uns heute kein juristisches Thema an, sondern ich möchte ein kleines Update geben. Ich höre nicht mit YouTube auf, sondern bis Oktober 2024 werde ich primär im Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht, Kartellrecht und Lauterkeitsrecht Videos hochladen. Grund hierfür ist, dass ich diesen Schwerpunkt gewählt habe und im Oktober 2024 schreibe ich die Abschlussklausur in diesem Schwerpunkt. Danach gehe ich in die Examsvorbereitung und kann dann natürlich alle Videos zu examensrelevanten Themen im Sachenrecht, im Schuldrecht, BT und so weiter hochladen. Sporadisch dazwischen werde ich wahrscheinlich ein paar BGB-AT-Videos und vielleicht auch Schuldrecht-AT-Videos hochladen. Mal schauen, worauf ich Lust habe. Genau, warum mache ich das so? Weil ich möchte das Lernen für den Schwerpunkt und die YouTube-Videos möchte ich verbinden. Ich schaffe es einfach nicht mehr, mich für BGB-AT oder ein sonstiges Video vorzubereiten, obwohl ich gerade eigentlich Kartellrecht oder Lauterkeitsrecht lernen müsste. Zusätzlich lade ich ja auch noch Videos auf TikTok oder Instagram oder Twitter bzw. X hoch, wo ich so kurze juristische Videos mache. Genau, die auch zum Beispiel das Geschäft für den, den es angeht, behandelt. Hier seht ihr auch schon mal, ich hatte oder ich habe das Thumbnail für zum Beispiel die digitalen Inhalte schon vorbereitet, habe mir auch schon Stichpunkte gemacht. Allerdings wird diese Videoreihe erst nach dem Oktober 2024 kommen. Okay, zweiter Punkt ist, ich möchte die Qualität erhöhen. Das möchte ich einmal machen, indem ich mehr Quellenverweise verwende. Derzeit schaue ich in einem ersten Schritt auf meine Karteikarten, die ich erstellt habe. Und die Karteikarten habe ich erstellt, während ich in einer Vorlesung saß oder während ich das Skript des Professors nachgearbeitet habe. Allerdings habe ich natürlich nicht auf meine Karteikarten die Quelle für die Information geschrieben. Das macht natürlich kein Mensch. Daher möchte ich das, ja, verbessern. Und genau. Zudem darf ich natürlich auch eigentlich gar nicht die Skripte meiner Professoren hier zitieren. Das habe ich mal im Strafrecht ein paar Mal gemacht, glaube ich. Ich habe natürlich das Skript von Professor Satzga zitiert. Das darf ich eigentlich nicht machen, weil das wurde natürlich nicht veröffentlicht, das Skript. Sondern es wurde nur an die Studenten der LMU in München zur Verfügung gestellt. Aber okay, ich denke, das passt schon so. Also, ja, ich denke, ich werde nicht verklagt werden. Beziehungsweise hoffe ich das. Okay, dann zweiter Punkt ist, ich wollte mehr Energie reinstecken in die Animationen und in die Schaubilder. Und letzter Punkt ist, ihr könnt mir natürlich eure Vorschläge nennen für Sachen, die ich noch verbessern kann. Perfekt. Das war es dann von dem heutigen Video. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.